Einfach die einzelnen Instrumente, die einzelnen Spuren, aufgenommen halt. Strukturiert man daraus jetzt eigentlich ein Lied. Kannst die Einleitung basteln, fangst zum Beispiel jetzt nochmal nur mit dem Klavier an, dann kommen die Hi-Hats dazu, vielleicht kommen die Drums dazu, wie man das halt irgendwie will halt. Ihr könnt es ja nur einmal probieren, der ist von 80 oder 60. Ich habe zu schreiben, ich kann nicht ein Rhyme und dann pute es auf die Beats. Ich kann das wirklich nicht tun. Für mich, es muss man sein. Die Inspiration kommt von der Musik. In my opinion, regardless of what is shown on TV, you can always find good hip-hop. You can always find good MCs. Wherever you go, they're always there. They might not be there when you turn on the radio, but that doesn't mean anything. The MCs are still out there. The hip-hop is still there. The music that I do is really easy to do is get ready. So I'm going to do the music that we stand today. I'm going to do the music. I'm gonna do the music. Thanks my foundation to turn on the radio. It's been fun, it's been fun. Here we go. It's fun, thank you. It's fun, it's fun. It. It's fun, it's fun, it's fun. You guys are all our great friends. I'm going to do it. It's fun, baby, it's fun, and I'm going to do it. It's fun, baby. We're a lot of great things on the channel. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.